Hallo liebe Kartoffeln, herzlich willkommen zu einer Runde Dead Spacer. Letztes Mal waren wir dort hinten in einem tollen Vakuumraum. Haben nicht ganz so viel erledigt, aber es geht weiter. Egal wie viel wir erledigt haben, es geht weiter. Ich glaube wir können wieder durch den Aufzug und werden direkt... Noch jemand? Nope. Können durch den Aufzug wieder nach unten. Was, glaube ich, schwer wird. Denn, ihr merkt ja, es gibt wieder neue Monster und alles. Ja. Aber... Ich will eigentlich wissen... Muss ich ganz nach unten? Ich glaube ich muss ganz nach unten. Ja. Ich muss ganz nach unten. Ja, mir wird es auch noch... Boah. Oh. Und... Kapitel 7 sind wir. Ja, wir sind in Kapitel 7 von... Keine Ahnung, wie viel es gibt. So, Wartung bitte. So. Und jetzt kommen gleich wieder Monster. Ganz bestimmt. Ich erwarte sie. Ähm... Nein. Nichts. Okay. Hier waren wir aber schon mal. Da... 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 Da wussten wir ja nicht wohin. Ich hätte vergessen, dass man auch auf der Karte schauen kann. Aber ich bin trotzdem vorsichtig, weil... Ja. Ist immer noch das Gewebe. Hallo, Halbleiter. Hatte... Äh... 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 Ja. Wir eröffnen hier mal die Tür. Denn wir wollen dadurch... Lade... Ab... Geladen. Oh. Wir können speichern. Das ist... Sehr schön. Spann. Oh. Ich hab' etwas gehört. Hallo. Ich mach' keine Geräusche. Sorry. Ja. Das sind Geräusche. Ups. Falsche Taste. Und... Ich geh' mal drüber. Au. Ja, du bist tot. Das ist... Ja... Verdammt. Ich will nicht die Waffe verwenden. Ich laufe am Frier hin und her. Ja, ich laufe einfach immer weiter. Es wird mir schon nichts passieren. Guck. Es passiert mir nicht. Wieso sind die Bahnen immer so extrem langsam? Muss ich dir jetzt etwa töten? Oh. Bist du das wirklich? Oh. Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Komm, ich kann dir helfen. Komm mit mir. Das... 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 War mal ein netter Besuch. Oh. Wieder Platzmanagee. Und Strahlmunition. Ach ja. Das war aber mal Besuch. Nein, Musik, hör' bitte auf. Aui. Der Sinder ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Ähm. Es hieß doch, wir haben Halluzinationen. Durch den ganzen Gas hier. Also, ich kann Cut überhaupt nicht mehr erzielen. Ich kann Cut überhaupt nicht mehr erzielen. Oh. Nicole... Nicole... Nicole ist... Ist tot. Ähm. Ja. Ha 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 ha. Ja, ähm. Ich dachte, es ist eine Halluzination. Ähm. Ja. Ha ha ha. Verdammt. Ich hab's umgebracht. Egal. Neuer Versuch. Der Sinder ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Okay. Ich bin auf jeden Fall sehr gut im Ziehen, wie ihr es seht. Und. So, er ist tot. Er ist tot. Und. Kommt noch jemand? Ja. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet. Oh mein Gott. Stump der Scheisse. zur arbeit weiter ich glaube das wird schwer ja ich hoffe mal dass es bald vorbei ist naja das war meine frau liebe leute ich hoffe sie hat euch gefallen ganz viel wundervolle medipack groß anzug level 4 ich habe die flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn die weit abfeuern stehen die chancen ganz gut dass er einen sicheren abstand erreicht und wenden kann immer noch kein zeichen von himmend in dem zustand in dem er war glaube ich nicht dass er noch lieb jubel und wird zum endboss das ist eine theorie gerade eben jetzt kommen die viecher schon wieder ja ja spaß du bist ein so ja ja mich interessieren eher die bücher die auch laufen können so und wir sind ja weil es sind auch tot die sicherheitsausrüstung zu tragen danke verdammt bin ich am sterben aber ich würde sagen ich speichere mal ja aber wer 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 noch nicht im part wohin muss ich ich muss trotzdem hier und zur karte ich muss wieder zum schiff ach so dreht man das ja oder das ist schon das egal 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 weil ich halt aus man immer auch nicht merkt es ist schon davon nicht aber ich kann nicht mehr nach oben schauen also zum verarbeitung denke ich mal war für gezückt ich nehme die hier also keep your wicks sign stuff read your understand manuals inspect your work area never approach active machines keep all your shields and goals in place das soll man machen um zu überleben wir müssen ein zweiter nach unten tschüss also was es heißt einfach auf die leben achten ihr umfeld beobachten da das sieht nicht gut aus so noch mehr also wir sollen nach rechts jetzt gehe ich mal nach links wo sind wo bin ich hier also hier kommen wieder öfter oh verdammt bin ich gut ich schaue hier trotzdem nicht mal hier ist nämlich ein shop hier ist die energie schon eingeführt hier ich habe gesehen was sie mit mit den leichen machen was aus ihnen wird ich werde nicht zulassen dass das mit mir passiert wenn ich keine gliedmaßen mehr habe kann ich wenigstens niemanden mehr töten wenn ich effizient bin bitte sagen sie dann und den kindern und den kindern dass ich sie liebe oh 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 noch einer noch einer noch einer ok soll ich das impuls für ich weiß doch ich verkaufen für man ich will mein anzug level 4 sagen wir so aber ich weiß nicht ob ich schon beenden soll ihr wisst was ich man dem part dem part wo ist mein halbleiter da halbleiter auf gold weil was anderes weiß ich nicht was damit machen soll ich schaue mich trotzdem weiter nach links kurz noch um und dann beende ich den part oder ich habe hier zur weltbank und dann glaube ich den part so was wollte ich eigentlich beim letzten mal das wollte ich abwenden wir haben mehr leben wieso spiel das finde ich überhaupt nicht nett ich arbeite in ruhe und dann naja aber ich glaube ich muss sich jetzt wirklich erholen nach dem schreck ich hoffe der part ist nicht allzu kurz weil ich nicht auf die uhr geschaut hat aber wir haben einiges erledigt deswegen sage ich bis zum nächsten mal schüss